Ich würde mir schon wünschen, dass es eine größere Kritikfähigkeit der Medien an gesellschaftlichen Zuständen insgesamt gibt. Ich würde mir aber auch wünschen, dass die Medien ihre eigene Arbeit ein bisschen stärker kritisch reflektieren. Ich denke, dass da die immer gleichen Rituale der immer gleichen Fragen und Antworten und Phrasen eigentlich dazu beitragen, dass tatsächlich eine gewisse Politikverdrossenheit zumindest stattfindet. Und dass das nicht dazu beiträgt, eine kritische Öffentlichkeit herzustellen, das leuchtet, glaube ich, ein. Erklären uns jetzt Satire-Shows die Welt, wie sie wirklich ist? Wissen Sie, was den deutschen Steuerzahler die Euro-Krise bisher gekostet hat? Null Cent. Was? Soll das heißen? Ich habe mich all die Jahre umsonst aufgeregt. Dank der Krise, kann man sagen, musste Deutschland für Zinsen 80 Milliarden Euro in den letzten Jahren weniger aufwenden. Dann kann man also sagen, die Griechen zahlen und werden dafür beschimpft. Also damit kann ich leben. Satiriker als die neuen Journalisten. Harte Fakten, keine Pointe. Gags recherchiert wie eine Titelgeschichte, nur eben mit Haltung. Also wenn Leute zu uns kommen, um sich Wissen anzueignen, dann scheint etwas gehörig falsch zu lassen. Wir sehen was, das regt uns auf und dann diskutieren wir das und dann regen wir uns noch mehr auf. Und dann fangen wir uns mit dem Thema zu beschäftigen und finden Dinge raus, die uns noch mehr aufregen. Die eigentliche Krise, 25 Prozent Minuswachstum, die Leute ohne Krankenversicherung, findet alles nicht statt. Stattdessen geilt man sich an dieser Figur auf, die einen dermaßen aufregt, offenbar als westlicher angepasster Journalist, sage ich jetzt mal. Die Satire stillt ein Bedürfnis, dem der klassische Journalismus in Zeiten von Lügenpressevorwürfen nicht mehr gerecht zu werden scheint. Sie liefert zu den Fakten das Weltbild gleich mit. Wer die Welt verstehen will, guckt heute, heute und die Heute-Show. Wachstum durch Sparen, das hat in der Geschichte der Menschheit noch nie funktioniert. Wie viele Europäer müssen noch verarmen, bevor man das Menschenexperiment mal gnadenhalber abbricht? Jeder zehnte Deutsche ist verschuldet. Fast sieben Millionen. Das sind 75 Prozent der griechischen Bevölkerung. Nur sagen Sie es schöner. Nachhaltig zahlungsunfähig. Was wäre denn bei uns los, wenn man die Renten halbiert? Da hast aber drei Sekunden später einen Mob mit Fackeln und Rollatoren vorm Kanzleramt, Freunde. Ich glaube nicht, dass uns irgendwas suggeriert werden kann. Ich glaube, dass es eine Nomenklatur der Mainstream-Presse gibt, die versucht, Meinungen so zu etablieren, dass Menschen denken könnten, es wäre die Wahrheit. Und leider gibt es viel zu viele Fernsehredaktionen, die sich aus dieser Haltung und diesem Ressentiment nähren und Profit daraus schlagen wollen. Medien, die aus Meinungsmache Profit schlagen und dafür ihre Wahrheit simulieren. Satiriker, die Lacher ernten, weil sie nüchtern eine Wirtschaftskrise erklären. Gefälschte Videos, gefälschte O-Töne. Ich denke, dass es sicher verdienstvoll ist, wenn man mal so die Sehgewohnheiten wieder ein bisschen stört. Und da so ein Störbild einbringt, dass man sich dann in Zukunft vielleicht nochmal so fragt. Und was ist das jetzt hier eigentlich für ein Bild, was ich sehe? Das ist das Problem eben vom Journalismus, warum Sie jetzt plötzlich sagen, ah, warum ist das, plötzlich ist das der Journalismus, der Neue, die Satire? Nee, ist es nicht. Aber was wir machen, ist eben Informationen zu nehmen, sie zusammenzustellen und mit so einem Emotionalen zu verbinden. Diese Motivation, eben Diskussionen anzureden, da wo es sie noch nicht gibt. Also Leuten eine Stimme zu geben, die keine haben, das ist schon eine unglaubliche Motivation. Also da sehe ich mich, da macht so ein Thema plötzlich Spaß, man merkt, da wird nicht drüber gesprochen. Komm, lass uns das heben, lass uns demjenigen eine Stimme geben, ob das jetzt Agiris von Turis ist oder eben hier in der Rentendiskussion, der Altersarmut von Frauen. Das finde ich eigentlich das Schöne daran. Man kann an das Thema rangehen, wie man will. Ich habe auch Verständnis für manche Argumente der Gegenseite, aber die Berichterstattung war gerade beim Ukraine-Konflikt und das hat eine Weile gedauert, bis das auch größere Medien mal zugegeben haben, doch relativ einseitig, finde ich. Und dann muss man das auch mal diskutieren und das hat ja nichts mit Putin-Verstehen zu tun, weil es ja schon ein bizarrer Vorwurf ist, jemanden verstehen zu wollen. Aber ja, natürlich, es gibt Diskussionen, die medial, finde ich, und ich meine nicht, dass da eine große Strategie dahinter ist, eine Verschwörungstheorie, sondern ganz bestimmte Themen werden von ganz bestimmten Leuten aus demselben Blickwinkel betrachtet, weil sie ein Interesse an dieser Sache haben. Und da fällt die andere Sichtweise einfach hinten runter. Ja, das ist immer so blöd. Ich bin ja selber Journalistin, bin aber auch 20 Jahre gearbeitet. Ich habe da auch angefangen. Aber das ist eher so die Liebe zum Metier, die Enttäuschung, die ist umso größer, wenn man weiß, was er kann, wenn man weiß, was Journalismus kann, wenn man weiß, was es für gute Kollegen gibt. Du kennst einige. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass die Stimmen nicht durchkommen, dann möchte man ein bisschen bewusst sein. Und gar nicht jetzt mal nur von der Position, sondern einfach von der Abbildung von Problemen, von der Darstellung von Sachverhalten, warum ist das immer so viel uninteressanter, als sich so auf einzelne Personen zu stürzen und die wie Varoufakis, Putin, so dermaßen hoch zu jazzen, als würde sich die ganze Welt an Charakteren festmachen, statt sich einfach mal Problemlagen anzuschauen. Und das ist offenbar zu anstrengend, zu langweilig, zu wenig geklickt, ich weiß es nicht. Und es war dann schon auch ein bisschen überraschend, finde ich, wie gestandene Journalisten, wie empfindlich und beleidigt die reagieren, finde ich. Also was für eine beleidigte, wo wir sprechen, gar nicht von den Klagen, die wir hatten, sondern auch so, finde ich, in manchen Kommentaren war Kritik am Journalismus so was völlig Neues, so nach dem Motto, das ist ja unerhört, Majestätsbeleidigung, wo ich mir sage, man kann die andere Meinung mal anhören und dann sich mit der argumentativ auseinandersetzen. Aber es wurde dann ziemlich persönlich, finde ich, und Leute wurden dann sozusagen als Putin-Trolle oder irgendwas anderes mal grundsätzlich beschimpft, in die Ecke gestellt und das war dann schon ein bisschen... Die Grenze wurde vermischt, diesen Lügen-Gepressen-Vorwurf und einer Medienkritik, die notwendig ist, das ist ja einfach auch, wer überwacht die Wächter? Das ist ja so ein blinder Fleck im Journalismus natürlich, wenn ich die ganze Zeit beobachte und diese Beobachtung erzähle, dann beobachte ich mich nicht selbst. Gut, und dann muss man damit rechnen, dass irgendwann jemand kommt und es sind plötzlich wir, die dann halt diesen blinden Fleck betrachten. Und das sollte man ja eigentlich als Qualitätssteigerung betrachten. Das ist nur eine Einladung zur Diskussion eigentlich. Ja, eigentlich wollen wir zur Diskussion einladen. Das ist ein Gastgeber, Gastgeber auf einer Diskussionsebene, würde ich sagen. Das ist toll, muss ich sagen. Tolle Zeitung, Neue Zürcher Zeitung. Ich habe sie jetzt abonniert. Und ja, aber das ist natürlich schon ein Zeichen, oder sagen wir mal erstaunlich, wenn eine doch eigentlich relativ konservative Tageszeitung wie Neue Zürcher, die auch guten Journalismus macht und manchmal Dinge schreibt, wo sie die Haare haben, wie auch immer. Aber wenn die sozusagen das Satireformat mal ernst nimmt und sagt, da kann irgendwas, vielleicht stimmt doch was nicht, vielleicht ist da was, vielleicht machen wir das falsch oder es geht in eine Richtung, die nicht ganz ideal läuft, dann ist das erstaunlich. Umso schlimmer ist es, weil wir drei sind quasi, wir drei sind einfach nur wir drei. Also das sind jetzt drei Leute, die angeblich den Journalismus verbessern. Also wenn das schon reicht, um den Journalismus irgendwie herauszufordern, dann sieht es allerdings wirklich schlecht aus. Aber wir hatten schon das Gefühl, warum haben wir investigativen Kabarett? Ja, ist ja genau. Und es waren natürlich auch nicht nur wir, es waren ja die Berichterstattung, gerade die Berichterstattung Ukraine, muss man sagen, war ja im Internet. Wie viele Leute sind auf uns zugekommen nach der Sendung oder kommen nach Vorstellungen zu uns und sagen, das stimmt, ich finde meine Meinung da nicht. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein, dass es nur diese eine Seite gibt, die da monatelang bedient wird. Und das ist ein Unbehagen, dass sich bei den Leuten Bahn bricht. Und das gab es früher so in der Form nicht, finde ich. Aber ich finde es schon spannend, dass man eben, wie gesagt, das Wort investigativ benutzt, dafür, dass wir uns halt mal eine Quelle angeschaut haben. Also Quellen, die sehr oberflächlich da sind. Die auch von Journalisten häufig kommen. Ja, schon, aber auch manchmal eine Doktorarbeit. Der Höhepunkt unserer Karriere war, dass jetzt ein ARD-Polit-Magazin bei uns angerufen hat und unsere Quellen haben wollte, weil sie gern ein Stück machen wollen, wo ich dann nach unserer Griechenland-Sendung, wo ich dann denke, wow, also wir haben eigentlich wirklich, wir machen keine Primärrecherche, wir sammeln Literatur. Ja, wir sind ja nicht vor Ort, wir sind zu dritt. Wir können uns jetzt auch nicht in Donnestoniusbecken stellen oder nach Athen und dort Wirtschaftsberichte prüfen. Sondern ich glaube, das entsteht eher durch die Zusammenschau von Quellen und auch unter einem bestimmten Blickwinkel, dass plötzlich die Leute sagen, wow, das ist ja ein ganz anderer Zusammenhang. Und während diese Wiederholung des Immergleichen, was du ja heute auch in dem Thema hattest mit Varoufakis, jetzt die neue Reform, jetzt kommt jeder, die war wieder falsch. Man erfährt gar nicht mehr, um was es eigentlich geht. Es geht nur noch um Listen und irgendjemand ist unzufrieden. Und diese Art von komischer Dauermühle, die völlig inhaltsleer vor sich hinläuft, und wenn du da dann plötzlich einfach mal eine Dreiviertelstunde Inhalte präsentierst, dann sind die Leute schon ganz hoher.